Mensch Leute, das ist richtig gefährlich, was das europäische Wettermodell da heute Morgen berechnet hat. Das hier sind die britischen Inseln. Hier ist England, hier ist Schottland, hier ist Irland. Und das ist ein Sturmfeld von einem mächtigen Orkantief. Ja, und dieses Orkantief würde dort am Mittwoch ankommen. Und es brächte in der Spitze bis zu 200 Kilometer pro Stunde an Spitzenböen. Das ist wirklich verdammt viel. Das ist Hurricane-Stärke. Da ist wirklich höchste Vorsicht angesagt in dieser Region. Und da ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass dieses Sturmtief weiterzieht nach Westen Richtung Deutschland. Zumindest abgeschwächt könnte da was drin sein für uns. Denn nächste Woche, so viel scheint sicher, da lebt erstmal die richtig stürmische Westwetterlage auch bei uns in Deutschland wieder auf. Der Winter hat da keine Chance. So viel vom Kurzwetter bei wetter.net. Tschüss, bis bald.